Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT Und ja Heute mal eine Runde TTT Hä ich kann es hier nicht nehmen Achso jetzt geht's Ähm ja Ich hab gleich mal was wichtiges anzusprechen und zwar Ähm Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen bei meinem Kanal Und zwar sind ein paar Abonnenten weniger Ja und das ist auch das Thema Leute Ich bin Traitor, okay dann geh ich nicht rein Hab ich Punkte Ich hol mir Creeper Pfeile Der Typ ist tot Ich hab mich innocent getötet Wenn jetzt jemand kommt Ich hol mir nochmal Creeper Pfeile Weil Leute, weil ich muss Ich darf nicht einfach so töten Ja auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, dass ich ein paar Abonnenten weniger habe Das liegt jetzt daran, dass ich Youtube hat Abonnenten gelöscht Ich bin tot Ich bin so ein Vollspacko Nein Spaß Aber ich ähm Ja Youtube hat auf jeden Fall Abonnenten gelöscht Ein paar Nur 14 Stück bei mir waren es Ich hatte jetzt 732 und jetzt habe ich nochmal 718 Aber macht mir nichts Denn es sind ja nur ein paar Abonnenten weg Wären jetzt alle weg, dann wäre ich echt traurig Also Aber ist Gott sei Dank nicht so passiert Ich habe auf Social Blade da geguckt Da kann man ja alles sehen Ja Ich bin jetzt nicht so der beste YouTuber Aber naja Es geht Ja ähm Und was ich noch ansprechen wollte Ich war ja gestern im Kino Und der Film ist so nice Leute Angry Birds Diesen neuen Film da Der seit Mai Äh Den es seit Mai gibt Der Film ist so Sowas von lustig Ihr werdet so lachen Wenn ihr den anschaut Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt Boah alter ich bin gerade so gut Und jetzt bin ich runter Egal Ja ich bin jetzt nicht so gut in TDD Aber Ja ich dachte so Ich spiele mal etwas wieder Wo man was nicht so Weil ich sie noch gar nicht so oft Let's Played habe Ähm Ja ich habe gedacht TDD spiele ich einfach mal wieder Habe ich damals sehr oft gezockt Weil es macht einfach Spaß So Nicht nur Survival Games oder so Sondern irgendwas anderes auch noch Zu zocken Minigun Mann ich wollte die haben Oder habe ich die Nein habe ich nicht Schade Ich hätte die Minigun Hätte ich gebraucht Ich habe seine Pfeile eingesammelt Ja auf jeden Fall Ähm War ich halt im Kino Der Film war so nice Leute Innocent Bin ich okay So Ich bin Tester Also Die brauchen mich jetzt nicht abknallen Ey schaut mal das an Da will schon einer auf mich gehen Ähm ich sag gleich Ich habe geschrieben Ich bin Lord Einer ist Tot Bin Test Ich habe auch Ich habe auch getestet Dann knallen sie mich ab Oder was Sowas hasse ich einfach War es schon gewonnen Ähm was soll das Schreibt er Du Hure Alter was die Leute immer schreiben Ich muss ganz kurz den Sound leiser machen So Jetzt ist ja alle Lobbys voll Scheiße Ja auf jeden Fall Ich habe halt Abonnenten verloren Ein paar Ähm Ich hoffe Es waren jetzt nicht so glaube ich Nicht Gott sei Dank waren es nicht so viele Sonst wäre es echt blöd Ja Ich möchte mal Und der Konstantin hat keine Abos verloren Sehr geil Konstantin Wir müssen bald mal wieder aufnehmen Müssen wir echt mal wieder machen Ich habe schon lange nicht mit ihm geredet Weil wir Ich habe einfach nicht so viel Kontakt mehr mit ihm Ich möchte sagen Ich Skype halt nicht so oft mehr Ich weiß auch nicht Seit ich den neuen PC habe Bin ich irgendwie nicht so viel Auf Skype aktiv Das werde ich jetzt aber ändern In den Ferien Weil ich richtig Gas gehe mit Videos Da werden Wird das ganz oft Also in den Ferien kommen ganz viele Videos Ich denke mal jeden Tag Zwei, drei Videos Denke ich mal Sogar Wenn ich es zeitlich schaffe Ich fahre auch gleich dann in den Ferien Fahre ich auch Urlaub Also in In Zwei Wochen fahre ich ungefähr Urlaub Also Zwei Wochen ungefähr noch Sobald ich Sobald die Ferien da sind Werde ich sofort Videos aufnehmen Ganz viele für den Urlaub Also wie oft muss ich aneinander klicken Minigun habe ich jetzt Gott sei Dank waren es nicht so viele Abos Die gelöscht wurden Schreibt mal in die Kommentare Ob bei euch auch Abos gelöscht wurden Das könnt ihr gerne mal schreiben Und auch wie viele Also Ich habe mir so gedacht Hey wieso habe ich jetzt weniger Abos Dann habe ich so ein bisschen auf YouTube rumgeguckt Und dann habe ich gesehen Ja einer hat ein Video gelangen Hier YouTube löscht Abos Und so habe ich gerade eben noch geguckt Also es war nicht heute aber Trotzdem habe ich einfach gesehen In meiner Abobox Es gibt so ein Typ der machte meiste YouTube Videos Ja Also der macht so Infovideos Videos zu YouTube selber und so Also Was bei YouTube gerade abgeht und dann Hab ich das heute gesehen und dann Hab ich mir so gedacht Achso das ist Weil es kann ja sein dass nur ich Abos verloren habe Das ist Aber nein das war wirklich YouTube Er hat inaktive Leute gelöscht Und ja Habe ich ein paar weniger Abos Aber das macht ja nichts Eigentlich wollte ich die 1000 irgendwann mal schaffen Aber ich weiß nicht ob ich das dieses Jahr noch schaffe Die 1000 Vielleicht Vielleicht schaffe ich sogar die 1000 Abos Und ich habe mir eine Minigun Achso hier ich habe schon eine Hier sind immer nur Miniguns Das ist echt behindert Weil ich habe ja schon eine So Endlich mal jetzt Rüber hier Hat der den gleichen Skin oder was Ich müsste mal Tester gehen So gehen die alle auf mich los Ne der ist auch innocent Der auch Okay Dann Ich glaube ich weiß irgendwo da oben müssen sich die Traitor verstecken Da oben ist wahrscheinlich der Ja da oben ist wahrscheinlich eh ein Traitor Und Man ich habe keine Munition Was bringt mir dieser Magnetstab denn jetzt Ich hole mir noch eine Minigun Ich hole mir jetzt noch eine Minigun Weil ich möchte echt die Traitor abballern So So jetzt habe ich Ich weiß nicht ob das geht Ob man da mehr Pfeile kriegt Wenn man das wegwerft kriegt man vielleicht mehr Pfeile Wie geht das? Nein Geht ja nicht glaube ich Mir geht glaube ich nicht Schade Aber egal Weil ich brauche Pfeile Weil ich muss die Traitor hier abballern Da ist vielleicht ein Traitor Nein War ein Innocent Sorry Ich habe gedacht das ist ein Traitor Aber Die müssen da oben sein Die Traitors Ja der ist ein Traitor Eindeutig Weil schaut mal an Was der macht Der Ball hat schon runter Alter scheiß Traitor da oben Ich komme und hole ihn Den hole ich mir Leute Alter scheiße Alter ich bagge voll hier drin Was? Hä? Wo war der denn? Ey du scheiß Traitor Ey der leckt voll oder was? Ne Ne der ist glaube ich runtergesprungen Der war es glaube ich Ey man das hasse ich aber Jetzt habe ich auch noch Karma verloren Mann Ah der ist schon voll So machen wir einfach noch hier schnell in die Runde Die Stats stehen ja da vorne Jetzt habe ich ein bisschen weniger Karma Ich habe früher 20 glaube ich gehabt Das habe ich verloren leider wieder War Karma leider Ist halt so Was bin ich für ein Rang? 16.000 glaube ich Das steht da echt nicht Steht nur hier Steht nur hier 16.764 Oder? Ah ich bin gekickt man Das hasse ich doch Gerade ich muss gekickt man Der aufnimmt Ey das hasse ich ja Bitte schnell hier rein Bitte Ich nehme schon 10 Minuten auf Leute Also Die Runde mache ich aber noch Eine Runde mache ich noch Und da Ich will meine Karma dann wieder zurück haben Weil ich immer noch gewinnen Dann wieder Verluste Dann wieder gewinnen Das hasse ich einfach Minus 20 Karma ist schon etwas viel Hätten sie auf Auf 15 oder 10 machen können Eigentlich aber Alter man packt da voll Egal Macht jetzt ja eh nichts Ich bekomme eh wieder ein bisschen Karma dann Ey wie lang Da muss man so lang draufdrücken Bis dann Shotgun Ne ich brauche Minigarn Ja genau Minigarn Weil die Minigarn Die schießen einfach so schnell Das Ist nice Die Minigarn Ist echt geil Ja auf jeden Fall hat der YouTube Abonnenten gelöscht Ja sehr schade Aber Muss halt sein Ich habe erst gar nicht gewusst Dass sie das gemacht haben Ich bin Detective Geil Ich war mal Traitor Einmal Innocent Und einmal Ne zweimal Innocent Und Einmal Traitor Einmal Detective Ich brauche ein Schwert Ich brauche ein Schwert Falls sie irgendjemand ist Schaut euch das an Schaut euch das an Ey Sowas geht aber echt nicht Also wie behindert sind manche Leute hier wieder Also schäm dich Schäm dich einfach Ich schreibe jetzt erstmal wieso Solche random Killer regen aber echt auf Ich wollte nur Ich wollte ja nur Ich wollte hier gar nicht töten Aber dann Hat sie mich einfach angegriffen Ich hasse das Scheiß Traitor man Ich weiß nicht ob die Traitor war Ich hätte es gern gewusst Schade Ja egal Da muss ich jetzt Das Video beenden Also Leute Das war es wieder Wir sehen uns dann morgen wieder Beim neuen Video Mal schauen Was morgen so kommt Mal schauen Ja Ich weiß halt selber noch nicht Was ich morgen aufnehmen soll Schreibt einen Kommentar Wenn ihr Ja schreibt einfach in die Kommentare Was ich aufnehmen soll Und über was ich noch reden könnte Ja der Film war halt Übrigens sehr sehr geil Sehr sehr witzig Wollte ich nochmal dazu sagen Ähm Es war sehr nice Wir waren fast die einzigen Im Kino Es waren noch andere Leute Es waren 10 Leute oder so Nur Wir zu 5 Wolframs Mutter Seine Schwester Er Ich Und der Tobias Kennt ihr vielleicht von der Vlog Von Hochindel Oder Von Italien Den hab ich leider noch nicht hochgeladen Leute ich möchte Ich muss echt mal die Vlogs hochladen Aber ich hab halt Ich hab einen Vlog hoch Ähm Vlog noch von Äh April Den können Ich muss dich unbedingt mal online machen Oder online Den müsste ich erst rendern Und Wäre sehr UHC gibt es jetzt auch Okay geil Ja vielleicht könnte ich Vielleicht könnte ich das mal aufnehmen Oder Sky Wars Steht auch hier unten Sky Wars Könnte ich vielleicht mal machen Hätte ich Bock drauf Aber da kommt man halt schwer rein Ja Leute auf jeden Fall Befolgt zu viel reden Leute wir sehen uns dann morgen wieder Also morgen Sehen wir uns dann wieder Und ciao Outro